Du hast jetzt natürlich geschüttelt, oder? Lasst uns schütteln die Hände! Nein! Obelix! Nehmen Sie zu? Das nimmt schon noch her. Willkommen bei den Testoleros. Wir testen Joybroy Teil 4. Weil die so ne Idioten sind. Alter! Joybroy gibt es ja jetzt nicht mehr ein Bier voll, oder? Ja, jetzt gibt es nur noch Büchsen. Das habe ich gestern natürlich noch mal bestellt. Jetzt müssen wir natürlich noch mal prüfen, ob das auch noch der selbe Geschmack ist. Wie denn die Dürksen? Genau, jetzt habe ich hier ein tolles Probierprodukt. Das wird schon mal aufgemacht. Die Verpackung ist ja auch kleiner jetzt. Welches ist das günstig alles? Ja. Vielen Dankeschön für das bestellt von die Braumeister quasi. Okay. Ja, schönen Besucher, oder? Schönen Besucher. Wenn ich es jetzt mal, dann gibt es hier so eine tolle Sache noch mit dabei. Wenn man sich so einen Probierbüchsen hier bestellt. Ah! Die Deckel. Sticker. Und... Was haben wir hier? The Wellbearing Company. Genau, sind also jeweils immer vier Stück drin. Von jedem. Den haben wir jetzt natürlich schon raus. Wenn du noch weg so einen Notstabeln. Durstig. Ich bin so durstig. Und hungrig und geil. Aber hauptsächlich durstig. Ich bin so durstig. 27 Kilometer liegt hier. Mal ja, du musst so, Rico. Das ist halt für die Anstrengung. Ah, das sind drei verschiedene... Also, das ist... Ach, das ist ja... Das ist das Radler, ne? Dieses... Und die Elbe ist das Radler. Genau. Podiumbier plus Zitrone. Also... Der war der zweite Platz von uns. Genau. Lemonade, Zitronengetränk hier. Podiumbier Light. Und... Und... Was ist das hier? Das ist jetzt dieses... Ach so. Das mit Vitamin C. Das isotonische. Okay. Jetzt nehmen wir das erstmal, ja? Also, ich kann sagen... Genau. Das schmeckt auf jeden Fall noch. Auch wenn du aus der Luchse kommst. Und das ist unser Ebener gewesen. Mhm. Und der... Ähm... Geschminkt's. Ja... Hier sagt die 27-Pilometer, die Kiemannin was. Naja, klar. Darfst du mal nicht so doll auftreten. Ja, das ist ja dein Hockepisse. Hm... Ja. Ich schmeck auch keinen Unterschied. Ganz ehrlich. Ja, ich find's immer noch gut. Aber das hier war bloß, wie du meins war, oder? Mit dem Bitzbübel... Ja, das war so ein Bitzbüch... Ja, ne? Mit dem Bitzbüch... Ja, aber... Mit dem Bitzbüch... Und Vitaminbier, oder wie es hieß. Auf jeden Fall... Ohlfrei. Ist aber klar. Gibt doch alles ein... Ohlfrei übrigens. Ähm... So, jetzt für alle, die einen Schlüssel wie ein alkoholfreies Bier aufgeht, ist hier eine kleine Kurzanleitung. Äh... Ja... So geht das oft. Wie schmeckt man denn? Wie schmeckt man denn bei anderen diesmal sehr bitter? Ist ja verrückt. Ja... Hier merkt man richtig diese Aluminade. Ist aber nicht süß, ne? Also das ist wirklich nicht süß. Man schmeckt die Zitrone. Aber... Ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ich trinke jetzt hier irgendwie so eine überzuckerte Zitronemonade. Also ich muss sagen, das schmeckt besser als aus der Flasche. Ich wüsste nicht, ob die Dauer die ändert haben. Aber... Von dem Schmack her hat sich auf jeden Fall noch viel ändert. Großartig. Außer, dass mit den Teiltieren irgendwie besser schmeckt. Jetzt das... Das Adler. Mit dir selber. Geil. Dadurch, dass ich die Zähne geputzt habe, ist das bitterer. Also jetzt den gerade Zähne geputzt. Das ist für mich so ein bisschen säuerbelastiger. So... Pfand ist auf jeden Fall drauf. 25 Cent. Aber ich habe Pfand nicht. Ich habe es wieder gemacht. Ist jetzt ein bisschen säuerlich, weil ich den gerade Zähne geputzt habe. Aber... Da hat man aufgestanden, oder? Ja. Na ja. Irgendwann muss man ja machen. Das muss ich noch probieren. Boah. Nicht? Nee. Das ist nicht so meins. Nee. Ja. Nee. Kannst so oft probieren, das ist nicht meins. Bitte nicht. Mädchen, ihr seid sehr gut erzogen. Oh. Oh, oh. Oh. Ha. Oh. 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 Wenn nicht gleich geblieben, wäre es besser geworden, was dann natürlich ist es halt immer noch ein bisschen uncool. So, auf jeden Fall. Das liegt schon daran, dass unsere Körper hier vorne mit Vitamin C und alles hier verarbeitet haben. Das ist mir damit nicht klar, ja. Das haben wir noch nie gehabt. Vitamin C, ey. Das ist demnächst. Bis zum nächsten Mal.